Hey Johannes hier von NewGadgets.de und ich bin gerade am Stand von BeQuiet auf der Computex 2024 in Taipei und schaue mir hier das neue BeQuiet Lightbase 600 und Lightbase 900 an. Die beiden Gehäuse unterscheiden sich quasi nur bei den Dimensionen und den mitgelieferten Lüftern, deshalb werde ich hier im Video einfach wild durchmixen. Das Lightbase 900 kommt mit den Lightwings Lüftern, also mit dem RGB Ring und hat Platz für 420mm Radiatoren und das Lightbase 600 kommt mit den neuen Lightwings LX Lüftern und hat Platz für 360mm Radiatoren. Für alle, die aber auch gerne einfach ihre eigenen Lüfter mitbringen, die Gehäuse gibt es auch ohne Lüfter zu kaufen. Und was diese Gehäuse so besonders macht, das schauen wir uns jetzt in diesem Video einmal genauer an. Bei den beiden Lightbase Gehäusen traut sich BeQuiet auf jeden Fall etwas. Es ist ihr erstes Showcase Gehäuse und es ist flexibel einsetzbar. Was heißt das? Also ihr könnt es entweder ganz normal mit der Glassseite an der linken Seite nutzen oder wir drehen es einfach um 180 Grad, stecken die Standfüße um und schon ist die Glassseite rechts. Also je nachdem, auf welcher Seite es bei euch auf dem Schreibtisch steht. Wir können es aber auch im Horizontal Layout nutzen, also einfach um 90 Grad drehen und ich muss sagen, das ist mein absoluter Favorit. Das wirkt beinahe schon retro, wie die Computer damals aufgestellt waren, aber mit einem modernen Touch und dank der Glassfront kommt euer Setup so richtig gut zur Geltung. RGB darf natürlich auch nicht fehlen, denn bekanntlich macht RGB alles schneller. BeQuiet verbaut hier RGB-Leisten, die rund um das Gehäuse gehen und so für ein tolles Ambiente sorgen. Vorne am Gehäuse haben wir neben der Power- und Reset-Taste auch noch USB-Ports und die Taste für den RGB-Controller. Wie man hier sieht, haben wir eine gute Auswahl an Farben und Effekten und sieht richtig gut aus. Hier seht ihr auch ein schönes Test-Setup im Inverted-Layout. Wie man sieht, ist hier dann natürlich auch die Hardware invertiert, aber das ist ja klar. Was ihr hier auch seht, ist die neue Lightloop AIO-Wasserkühlung, die es in 240 mm und in 360 mm gibt. Auch hier kommen die neuen Lightwings LX-Lüfter zum Einsatz und auch der Kühlblock ist RGB beleuchtet. Das System gibt es in schwarz und weiß und es sieht hier im Lightbase-Gehäuse auf jeden Fall richtig stark aus. Wenn ich mir hier das Setup im Horizontal-Layout anschaue, dann bekomme ich sofort das Haben-Wollen-Gefühl. Die Hardware kommt richtig gut zur Geltung und so würde ich mir das auch auf jeden Fall hinstellen. Das wäre übrigens auch ein sehr cooles Layout für einen Wohnzimmer-Gaming-PC. Alle Informationen zu den Varianten, die auf den Markt kommen und zu den Preisen erfahrt ihr in meinem Artikel auf newgadgets.de, den ich euch hier unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Denn hier alle Varianten und Preise aufzuzählen, sind mir zu lange dauern. Dort habe ich dann auch die genauen Abmessungen der beiden Gehäuse-Varianten für euch. Verraten kann ich aber, dass die gezeigten Produkte wohl noch im Oktober auf den Markt kommen werden. Wie findet ihr das Lightbase-Gehäuse und die Lightloop-AIO-Wasserkühlung? Lasst einen Kommentar da und ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben spendiert, immer super für den Algorithmus und wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Und wenn ihr Fragen habt, dann haut sie doch einfach unten in die Kommentare. Ich war eine halbe Stunde hier am BeQuiet-Stand und habe mich mit dem Gehäuse auseinandergesetzt und kann die meisten Fragen sicherlich direkt beantworten. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Ciao!